Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dorfromantik. Das Spiel hat mich absolut in seinen Bann wieder gezogen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum und starten direkt rein mit einem Waldstück. Und wir haben auch direkt das neue Biom hier namens Verwunschen, das sieht man direkt schon. Bin mal gespannt. Sieht auf jeden Fall recht schick aus. Ändert ein bisschen an Don't Starve vom Stil gefühlt. Also ich weiß nicht, erinnert mich direkt dran. So. Wir müssen wieder schauen, wie wir hier beginnen. Sehr gut. Okay, dann machen wir da mal hier hin. So. Ja. Sehr nice. Am Anfang ist immer noch entspannt, ihr wisst ja Bescheid. Und hier können wir auch einfach direkt Ende machen, ne? Ist ganz entspannt, diese Parten hier. Dann immer gleich wieder ein Ende machen. Wenn man nicht weiß, wohin der Flusswupp enden soll. So. Ah, vielleicht hier so. Ja. Okay, Eisenbahn. Da müssen wir jetzt mal gucken, wo setzen wir dich hin? Hier vielleicht? Ja. Lass mal das versuchen. Hier haben wir einen ganz großen See. Den können wir gerne so hier... Ja gut, wir lassen mal hier so große Ziele außen vor. Sprich irgendwelche großen Seen oder sowas bauen zu wollen. Weil ich ja nicht weiß, ob wir diese Kärtchen überhaupt bekommen, ne? Aber man kann es ja hoffen. Ah. Ah, da wäre jetzt zu Ende, ne? Ah, nicht ganz. Auch schön hier mit dem Teich machen. Why not? Oh Gott. Äh, hier wäre dann jetzt zu Ende, ne? Auch wenn es schön reinpassen würde. Weil das wollen wir ja noch nicht. Brauchen wir eine bessere Karte für? Ja. Hier dann vielleicht. Haben wir jetzt schon eine Silhouette aufgedeckt? Das ging relativ schnell. Oh, guck mal. Der Hintergrund ändert sich auch gerade, sehe ich gerade, ne? Je nachdem, wo wir hingehen. Das sehe ich jetzt das allererste Mal, muss ich sagen. Ah, schick. So. Genau. Brechen wir mal mit den Feldern hier oben ein bisschen aus, ne? Und das könnte man eigentlich gut verbinden. Wobei könnte man auch hier theoretisch eine neue, äh, kleine Stadt dann beginnen. So ein bisschen. Ne, können wir schon so machen. Ja. Ja, äh, ne, da brauchen wir eine bessere Waldkarte für. Das heißt, die Bahn sollten wir am besten auch nach unten ausbauen und nicht nach oben. Weil sonst verbauen wir uns hier den schönen Wald. So, guck mal. Wunderbar. Ähm. Ja, ne, der Brechen... Ah, wird schwierig, den Wald fortzusetzen, wenn wir das jetzt hier so abwürgen. Ich würde das ja gerne alles zusammenschließen. Da brauchen wir mal ein anderes Kärtchen für. Oh, neues Feld wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, das demnächst anzufangen. Und ich weiß halt noch nicht, wo muss ich gestehen. So. Nice. Und hier können wir meinetwegen den hier machen. Oder? Wo wir machen den hier? Ah, wo... Ja, sieht zwar vielleicht ein bisschen organischer aus, aber... Wenn hier ein bisschen größerer sehen soll, weiß ich nicht. Na, wir machen das so. Ist schon in Ordnung. Das würde gehen. Dann machen wir das jetzt auch. Komm, bevor wir da gar kein Stück mehr bekommen. Äh. Meinetwegen können wir das hier so bänden. Dann... Natürlich gesagt, ein neues Dörfchen. Man weiß ja nie bezüglich der Aufgaben. Machen wir so. Und neue Felder würde... Ja gut, hier ist jetzt die Eisenbahn. Müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Jetzt beginnen wir mal ein neues Feld hier direkt. Ja. 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 Nietzsche. Oh. Ja, nee. So vielleicht, oder? Machen wir das so. Wobei, wenn ich so mache, haben wir die Aufgabe, ne? Und ich finde, das kann man auch machen vom Aussehen. Let's do it. Ne, damit versperre ich mir jetzt hier die Eisenbahnausfahrt. Machen wir das so. Ah, neues Waldfeld. Ja, wir brauchen mal so ein dickes Waldfeld mal wieder generell. Ansonsten können wir die nicht so gut miteinander verbinden. Hier brauchen wir sowieso jetzt ein Schiedenende an. Das sehe ich da tatsächlich jetzt gerade keinen Sinn mehr, wie wir da jetzt weitermachen sollen. Ja, wird schon passen, oder? Ja, wird schon passen. Machen wir das mal hier unten. Ne, da haben wir das Feld beendet, ne? Müssen wir aufpassen. So, das machen wir so. Oh, die Bandschienen sehen auch ganz anders aus. So. Ja, das Waldfeld können wir damit... Ja, nicht... Das zählt ja nicht als ein, ne? Das zählt nicht alles zusammen. Brauche ich ein besseres Feld für. Was soll ich sagen? Ähm, ihr seht, merkt schon vielleicht. Ich bin hier ein bisschen... Versuche ein bisschen mehr... ...bedacht hier ranzugehen. Damit wir vielleicht ein bisschen weiterkommen als sonst. Das wäre so mein Ziel hier. So, passt besser. Okay, was machen wir mit dir? Mega. Komm da hin. Ah. Oh, das passt gut. Marmel. Diet, Marmel. Jetzt haben wir drei Waldmissionen offen. Ja, wir brauchen halt jetzt mal so ein dickes Waldfeld. Das wird mir langsam wichtig. Oder wenigstens halt ein Feld, was verbindet. Naja. Naja, naja, naja. Ärgerlich. Mit 22 Häuser. Da sind wir oben definitiv drüber. Aber wir haben ja unten schon angefangen, was Neues zu machen. So. Das ist gut. So ein Feld ist immer gut. Sehr nice. Ah. Fast perfekt, ne? Aber dann wäre die Stadt abgeschlossen. Was ist mit hier? Warum nicht hier? Aber hat perfekt gepasst, ne? Ne, warte. Aber geht jetzt hin. Aber wenn ich die miteinander verbinde. Naja. Weißt du was? Dann bänden wir hier das hier. Aber auch so mal ein paar Perfekts bekommen. Dann machen wir irgendwo eine neue Stadt. Wie wäre es hier mit hier oben? So. Nice. Mhm. Einmal das hier hin. Nur 12 Häuser. Da geht es nämlich schon wieder weiter. Nur neun, Alter. Okay. Da brauchen wir ein ganz neues Feldführer. Wie hier recht? Dann machen wir das hier. Ein Haus zu viel, ne? Dann setzen wir das hier zu unserer Großstadt. Na, Pferde brauchen wir jetzt gerade eher hier unten. Okay, 89 plus ist natürlich eine Menge Haus, was wir da brauchen. Das kriegen wir bei hinten. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ach, warum nicht, ne? Aber. Und die Mission können wir jetzt sofort abschließen. Warte mal, so ein kleines Stückchen noch aufgelassen, damit wir da rausgehen können, wenn wir denn wollen. Ja, die müssen auch ein bisschen mal hier halt gemacht werden, jetzt, ne? So. So. Ein paar Blankofelder. Immer gut zum Füllen, auf jeden Fall. Lass mich das mal woanders hin. Hm. Hier. So, vielleicht dann lieber. Okay. Oh, das ist gut. Das passt zu gut, um es nicht zu benutzen. Weil das wahrscheinlich sogar besser gefallen würde. Dann hoffen wir auf eine Gerade. Oh, endlich mal ein Waldfeld. Nice. Und da ist die Gerade. Ah, die Silhouette habe ich schon wieder fast vergessen, ey, dass da eine war. Da ist der Bär. Dem er will auf jeden Fall nach Wald aus. Was mache ich mit dir? Versuche ich, um einen neuen Fluss entstehen zu lassen. Ah, vielleicht. Hältet finde ich halt einfach nicht so schön. Aber damit müssen wir klarkommen. Ne. Ah. Ah, ne. Hätte ich schon lieber, glaube ich, ein volles Feld für. So. Aber ich denke, dass wir einen Wald brauchen können. Hier vielleicht schon mal ein bisschen anfangen mit dem Wald. Aber wir sollten auch erst mit dieser Mission trotzdem fertig machen, ne. Kann ich den Wald noch weitermachen und ist dann Schluss. Ich glaube, dann ist Schluss, ne. Hier nicht mehr. Okay. Aber dazu. Also. Wo einfach mal. Ah. Würde ich mir ein anderes Feld nehmen, um da abzuchecken, sage ich mal. Ja, da schließen wir sonst ab. Hier passt gut. Okay, wir sind bei Wald. Aber da wollen wir auszugehen. Ah, sehr nice. Ich glaube, gut Punkte. Oder gut Kärtchen. Da haben wir den ganzen See. Ach, nur mit sieben wieder. Was mache ich damit dann jetzt? Vielleicht hier. Dann mal hier runter. Ah, da brauchen wir ein anderes Feld für. Leider, glaube ich. Da. Eine weitere Schiene nehme ich auch mit. Nice. Sehr viele Felder gerade. Ja, Waldmission ist halt immer. Schließen wir direkt die da unten jetzt an oder machen wir das? Da oben müsste ich halt jetzt mal die Mission wieder fertig machen. Weißt du was? Wir versuchen das mal mit dem einfach hier. Das Waldfett einfach mal heransetzen. Wird auf jeden Fall eine relativ große Ortschaft da, ne? So 37 plus. Gibt's dann? 23. Dann auf jeden Fall hier, denke ich. Ja, wobei ist relativ knapp, ne? Aber, ähm, so vielleicht. Ja, doch, würde ich so machen wollen. Ach, exakt. Wie viele sind das hier? Sieben. Machen wir eine neue Ortschaft mit euch und zwei hinten irgendwo. Wir machen es anders. Kommt hier mal so ein dickes Feld hin. Hier, neue Schiene. Immer gut. Eine gerade. Auch immer nice. Ja. Ach, Leute. Vielleicht sollten wir erstmal auch diese Mission unter oben machen, bevor ich jetzt die ganze Zeit weiter platziere. Ja. Das ist gut. Das ist ein gutes Feld. Ah, drei Häuser. Jetzt natürlich dann noch dementsprechend weitere drei. Ah. So. Oh, das ist immer ein gutes Waldfeld. Alles klar. Challenge accepted. Das ist so viel Wald, ne? Und dann, guck mal, passt das hier nicht ran, ey. Ah. Ah, ich habe die Mission verkackt. So geht gut. Da hat er doch mich mit einverstanden. Auf jeden. Das sind genau vier Häuser. Oh, nee. Was kommt denn da auf uns zu? Oh, nee. War das? Ah, nee. Nee. Ach, fuck. So was hasse ich. Na gut, wir müssen aber damit gehen. Dann machen wir hier so und so. Mhm. Na, du bist eher mal Waldfeld, würde ich schon fast. Ja, so, oder? Ja. Oh, da ist das ein Haus, was wir brauchen. Sehr gut. So, oder? Na, wenn denn so. Hier sind sieben Felder. Passt ja perfekt hier rein, würde ich sagen. Muss einer exakt gerade noch dann dazwischen. Okay. Warten wir auf diese gerade. In der Hoffnung, dass sie kommt, natürlich. Ah, da wollen wir einen Wald machen, ne? Machen wir es auch. Sehr gut. Da kommen sehr viele einzelne Felder, ja? Das ist ja auch nicht, was wir jetzt gerade hier wollen. Mal wieder eine Lücke zum Füllen her, ähm, ich wüsste ich gerade nicht mehr genau, wo hier oben vielleicht so. Da gibt es natürlich keine Punkte oder so, was dergleichen. Ah, schon okay. Aha. So, ein paar mehr Häuser dran. Da lohnt es sich auch wieder ranzusetzen. Nice. Meine Aufgabe war wieder sehr wichtig. Ja. Warte mal. Ah, es ist ja wurscht, wie wir rum das machen. Werden wir das Feld jetzt mal hier. Oh, sehr viele Waldmissionen. Ah, da ist die, ah, da ist die falsche Gerade. Nevermind. Aber das können wir trotzdem hier sehr gut einbauen. So. Das ist wieder ein bisschen Stadt, das ist gut. Und das ist auf jeden Fall Wald. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall weiterkommen. We need more Waldkarten. Ja, da brauchen wir eine Gerade. Wir können auch das benutzen. Nein, die können wir gar nicht. Wüsten 26. Da dürfen wir da woher hinbekommen, ne? Gehe ich mal von aus. Ah. Ist das überhaupt ein Bär? Sagt gerade kurz nach einem Affen aus. Nee, ist ein Bär. Alles gut. Sehr nice. Ach, natürlich sind das gerade wieder zu viele Häuser. Hm. Ja, wird schon. Können wir ein wenig auch mal hier ein neues Feld starten oder so. Das ist einfach eher hauptsächlich zum Füllen hier wieder. Achso, aber so ein Schienenende habe ich schon ewig nicht gesehen, ne? Wir kriegen stattdessen hier immer so eine Scheiße. Was soll das denn? Da können wir halt, boah. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. War gefühlt schon sehr kreativ jetzt hier mit diesen beiden Teilen. Aber das ist jetzt scheiße. Ah, das ist halt hier Endstation. I don't know. Irgendwie so. So, da brauche ich noch exakt drei Häuser. Die bekomme ich da. Das ist auch die gerade, die wir jetzt brauchen. Sehr gut. Nice. 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 Was ist denn los hier? Und da brauchen wir auf jeden Fall auch ein Ende. Ja. Ja, Waldmissionen haben wir halt einige, ne? Das könnte halt theoretisch auch gehen. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Machen wir das dann. Let's do it. So. Machen wir mal so eine Wassermission. Ah, doch, habe ich noch offen. Ja. Irgendwann. Ah, nicht hier. Nochmal Wald. Mega. 63. Da bist du, glaube ich, hier oben sehr gut aufgehoben. Auf jeden Fall. Höchstens 15. Na gut, dann sind wir auf jeden Fall hier drüber. Äh, gehen wir nach hier. So, das sind auch immer schöne Schienen. Kann ich immer gut verwenden. So geht's auch. So, machen wir mit der Stadt weiter. Ja, gute Frage. Wie machen wir das jetzt wieder? So, vielleicht. So, vielleicht. So, eher so ein Lücker, äh, nur so ein, äh, Füllenlücker. Füllenlücker? Lückenfüller. Oh Gott. Gibt wo gerade sein? Das hat sich aber nicht richtig angehört. Na komm, du bist echt schon ziemlich cool, wenn wir dich jetzt hier oben platzieren. Ah, oder? Auch nicht. Ah, das klappt schon. Hm. Was bist denn du? Och, will Leute. Da wollen wir aber sehr viele Enten für. Oh, Mann, ey. Da drüben darfst du schon wieder nicht hingucken. Ähm. Ja, da müssen wir sowieso eigentlich mal dran sitzen. Hm. Ah, doch, ich hab doch schon eine Idee. Für irgendwann. Alter, was ist denn das Nices? Und damit haben wir den Bären. Mega. Och, guck mal, auch schön vorm Wald umzäunen. Wir sind schon nette, ne? Sehr, sehr gut. Und jetzt bekommen wir hier schon mit absolutem Much. Na gut, passt sogar irgendwie da hin. Irgendwie. Oh, Lückenfüller. Ach. Ich glaub, du gehst auch einfach nicht besser. Na, ist schon okay. Seid ihr verziehen? Ähm. Ja. Ah, das ist perfekt. Lass so machen. Das wird schon. So, mach mal was, Bahnen. Das stört mich hier irgendwie, dass das hier noch nicht zu Ende ist. Ja, so ein Silo. Ja, moin. Was haben wir denn da? Wie der Wald? Ne, das ist ein Schwan. Da müssen wir auf jeden Fall mit Wasser hier noch ordentlich arbeiten. Kriegen wir hin. Ah, guck mal, da haben wir auch schon die Gerade. Mega. Mega nice. So, dann. Kommen wir uns mal langsam aber sicher da oben hin. Ja. Die Felder würde ich halt gerne noch, äh, noch gerne mitnehmen. Aber ich glaub, so geht das gut. Irgendwie. Ja. Ah. Ah, doch. Ist genehmigt. Ja. 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 Absoluter Lückenfüller hier wieder. Wir haben auch mittlerweile gefühlt ein ordentliches Weizenimperium hier, wenn du dir das mal ansiehst. Da gibt es erstmal keine Mission von. Lücken können gefüllt werden. Jo. Und da haben wir wieder eine Stadtmission, ne? Gut, für so Riesenstädte haben wir ja unsere, ich sag mal, Hauptstadt hier. Aber hier, ne? 20 bräuchten wir dafür hier halt. 123. Never mind, Alter. Wir machen das auf jeden Fall hier. Never ever. Oh, Alter, was ist denn los mit den Karten? Ich würde nämlich hier gerne, hier gerne, äh, nochmal. Kein Problem. Ah, den Wald. Den soll ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen ausweiten. Wobei ich langsam das Problem habe, dass hier eine Schiene ist. Vielleicht gehen wir dann hier einfach mal straight up. Und lassen wir hier den Wald runterlaufen. Jo. Und hier, lass gucken, dass wir den, äh, Fluss auch irgendwie nach da ablaufen lassen oder einfach da beenden. Äh, was mache ich denn mit dir schon wieder? Kannst du auch keinem erzählen hier. Irgendwie so. Mission unten haben wir übrigens auch noch. Ja, missionstechnisch haben wir noch einiges zu tun. Langsam, aber sicher arbeiten muss da hin. Da haben wir noch mal ein Eber. Ich glaube nicht. Egal. Kommt da hin. Ist die Lücke da endlich mal weg. Dieses Chaos versuche ich gar nicht erst hier einzudämmen mit, äh, Bahn, äh, mit Schienenenden oder sowas. Das versuche ich gar nicht erst einzudämmen. Das ist besser hier unten, sind wir mal ehrlich. Ah. Da kannst du nur mit dem Kopf schütteln, da mit der Ecke. Ah. Oh. Mir fällt der noch. Da haben wir wieder ein Teich mit ein bisschen Weizen. Boah. Das ist dann da irgendwo gut dran, ne? Da oben auf jeden Fall nicht. Können wir da mal einen Fluss beenden. Einfach mal. Einfach mal hier so. Why not? Why not? Why not? Okay. 17 Kärtchen. Wir müssen gucken, dass wir Punkt dran kriegen. Aber guck mal hier. Biberburg. Skin frei geschaltet. I take it. So. Eins. Drei, drei, vier, fünf, sechs. Ah. Ah, da warte ich mir auf die richtigen Teile oben. Oh, da ist immer ein großes Feld hier, warte mal. Zack. Zack. Okay. Wieder ordentlich Felder abgrasen. Siehst du, als ob wir schon zigtausend hätten hier. Aber Schienen will ich gar nicht reden drüber, ey. So frustrieren, was da hinten abgeht. Ja, du siehst auch eher nach einem Lückenfüller aus, ne? Aber gut, wir brauchen ja auch eigentlich wieder ein bisschen Stadt. Weil so ein kleinen Teich, so scheint es... Ja, das ist hier so ein kleines Ding, ne? Oh. Machen wir so. Na, erst machen wir so. Absoluter Lückenfüller, was wir jetzt gerade hier haben. Oh, was mache ich denn mit dir? Meinetwegen hier oben. Ach, jetzt kommt mir auch hier noch so eine Mühle, jo. Der 23 ist halt absolut low, Alter. So ein Krim hat noch viel, viel mehr davon. Aber da auf jeden Fall da unten. Ach, stimmt, wenn wir noch ein Feld. Da müssen wir jetzt gucken. Ein bisschen Stadtkarten, immer gut. Ähm... Du bist auf jeden Fall eigentlich eher Wald. Du bist auf jeden Fall eigentlich eher Wald. Mal so. So, verbinden wir schon... Ja, wobei, wir haben jetzt nicht mehr so viele Karten, ne? Scheiße. Oh, Mann. Das wird schon wieder kritisch. It's ticking. Time is ticking. Kann ich nicht mehr verbinden, oder? Nicht ganz. Jo, Alter. Richtig ärgerlich jetzt. Was soll denn denn schon wieder hier? Eigentlich fand ich, dass es gar nicht so bad lief. Ja, gut. Wir müssen das jetzt hier auf jeden Fall verbinden, irgendwie. Nein, 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 nein. Okay, das geht ja gar nicht dran. Ah, drauf geschissen. Machen wir so dann. Ach, weil ich das verbinde. Ich muss das hier irgendwo dran setzen, ne? Ja, hier doch. Wird schon. Okay, okay, okay. Serious business jetzt hier. Wir müssen natürlich jetzt hier irgendwie versuchen. Gucken, dass wir Kärtchen wieder ran bekommen. Guck mal, wenn ich hier abschließe. Ja, gut, hier kann ich noch. Na gut, ein Haus, ne? Was sollen wir mal? Aber dann ist das Ding halt abgeschlossen hier. Und die Stadt ist nicht mehr benutzbar. Aber ich sehe schon, ich habe generell keine Chancen mehr sonst. Warte mal. Intentiell. Eins, zwei, drei. Aber es werden eh zu viele. Okay. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Was ist mit dir? Ich kann dich verbinden, ne? Hm. Du hast das Gefühl, die Felder werden auch irgendwie nicht weniger. Ja, statt haben wir abgeschlossen. Sind wir ehrlich, das können wir nicht mehr schaffen. Da müssen wir ehrlich sein. Drei. Kann man nicht mehr verbinden. Genau 31. Ja, das ist ja gar kein Problem. Wow, das sind die Häuser, die ich jetzt hier hingesetzt habe. Ich Idiot. Fuck. Gut. Das hätte ich vorhin nicht wissen können. Damit ist aber die Session vorbei. Und wir sind wieder knapp nicht an den Highscore rangekommen. Jo, Alter. Ist ziemlich schwer ranzukommen. Naja, gut. So schlecht lief es aber gar nicht. Eine schöne Welt wieder kreiert. Ich hoffe, wie man das euch diese Folge gefallen hat. Und ja, ich sehe euch dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder, ne? Habt einen schönen Tag und haut rein.